Deswegen, wir sehen es bei Fotoalben, wenn man ein Fotoalbum aufschlägt, auf dem nichts zu erkennen ist, zu dem ein Mensch den zeitlichen Bezug herstellen kann, weil da nur Landschaft drauf ist, dann berührt ihn das wesentlich weniger, als wenn dort irgendetwas zu sehen ist, woran er festmachen kann, ah, das war ein Kleidungsstil, ein altes Auto, so da sah die Stadt, wo er erkennt, wo er in diesem Zeitpuzzle, wo er da reingehört. Er muss den Bezug herstellen als Mensch, zu seiner individuellen Gegenwart. Und die letzten drei Jahre haben vielleicht für viele die große Chance dargeboten, sich darüber klar zu werden, dass wenn sie nur so vor sich hin leben und gar keinen Bezug zu dem herstellen, was ihr eigenes Leben ist, weil sie sich nicht einmischen, sondern nur konsumieren, dass ein solches Leben zwar irgendwie sich anfühlt, aber am Leben doch tatsächlich vorbei geht.